Hallo hier bei Making Manga. Wundert euch nicht, dass ihr meine Stimme hört, aber dieses Tutorial ist glaube ich besser, wenn man da ein bisschen erklärt, was man macht. Also ich erkläre euch jetzt, wie man mit Comicworks arbeitet. Das ist ein Programm zum Rastern von Manga-Seiten. Es ist schon etwas alt und das gibt es auch leider nicht mehr zu kaufen, aber die meisten Programme, die es halt jetzt gibt zum Kaufen und zum Bearbeiten, die funktionieren ähnlich. Insofern denke ich, dass es trotzdem hilfreich sein könnte. Also ich habe hier ein Bild geöffnet. Es ist ein Bitmap-Bild, das heißt es gibt nur Schwarz und Weiß und nur dieses Format kann Comicworks bearbeiten. Deswegen ist es hilfreich, das Bild schon in diesem Format anzulegen. Bevor ich anfange mit dem Rastern, muss ich eine neue Ebene anlegen. Und ja, auf dieser Ebene werden dann unsere Raster liegen. Wenn man wirklich ganz gründlich sein will, kann man auch für jedes Raster eine eigene Ebene einsetzen, aber solange sie sich nicht überlappen, macht es eigentlich keinen Unterschied. Also mit dem Auswahlwerkzeug wähle ich die Fläche aus, die ich gerastert haben möchte. Und hier bei den Rasterfolienfenster kann man dann auswählen, welche Rasterfolie man haben möchte. Ich nehme diese hier. Die ist schon ganz gut. Hier kann man alles auswählen, wenn man zum Beispiel nur diese Fläche gesehen haben möchte, die man ausgewählt hat. Oder halt die gesamte Folie. Ich nehme fast immer die gesamte Folie, weil es leichter ist, den Überblick zu behalten. Mit diesen Reglern hier kann man drehen oder zoomen, was ich nicht empfehlen würde. Also zoomen ist kein besonders guter. Also wenn man vor allem für den Druck arbeitet, weil die Raster dadurch ziemlich aufgeschwemmt werden. Also wenn man das positioniert, dann drückt man auf OK und dann rechnet er es aus. Und wenn man dann die Ränder weg haben will, empfehle ich das Federwerkzeug und dann auf weiß zu stellen, weil damit kriegt man die Punkte am sichersten weg. Allgemein empfehle ich zum Arbeiten mit dem Computer, also zum Bild bearbeiten, vor allem ein Grafiktablett zu haben. Wenn mit der Maus, da wird man irre. Also wenn ihr ein Grafiktablett habt oder überlegt euch eins anzuschaffen, ist es schon eine ganz gute Idee, wenn man ganz viel mit Computer arbeiten möchte. Ja, ich radiere also das Überschüssige weg. Es ist etwas umständlich, das zu machen, aber wenn man es gründlich haben will, dann kommt man nicht drum rum. Also man könnte natürlich auch genau das auswählen, was man gerastet haben möchte, aber das dauert auch ewig. So, jetzt habe ich die Haare fertig. Dann gehe ich über zu der Maske und dazu fülle ich erstmal die Flächen aus, die ich schwarz haben möchte, mit schwarz. Dazu nehme ich das Eimerwerkzeug und den Rest benutze ich den Zauberstab, um es so auszuwählen, was ich gerastet haben will. Und dann benutze ich das Verlaufswerkzeug. Dazu habe ich eingestellt, hier ist das kleine Fenster dazu, dazu habe ich eingestellt, dass es in einem Kreis verlaufen soll und die Linie Stärke 60, das ist wie fein die Folie ist. Dann, dass es von schwarz bis ins Graue gehen soll und das ist aus dem Hellen ins Dunkle. So, und dann gebe ich sozusagen vor, wie der Verlauf sein soll. Und dann schaue ich mir an, ist es okay so? Mir gefällt es noch nicht. Deswegen mache ich es nochmal neu. So, ist besser. Also es ist immer, meiner Meinung nach ist es immer ganz gut, wenn es nicht super symmetrisch ist, weil es dann irgendwie ein bisschen lebendiger aussieht. So, und dann gehe ich zum Kleid über. Die obere Seite fülle ich einfach wieder mit dem Eimer. Aber wie ihr seht, hat es ein bisschen Haare erwischt. Deswegen fülle ich hier die Haare. So, aus. Dann kommt es nicht rein. So, perfekt. Und die Unterseite des Rocks möchte ich gerne gerastert haben. Deswegen fülle ich hier auch die Lücken, damit das, ähm, der Zauberstab in die Lücken geht. Nicht zwischen die Lücken geht und mir das ganze Blatt füllt. So. Und dann nehme ich den Zauberstab. So, aber der hat leider nicht alles gefüllt. Deswegen ist der Zauberstab nicht immer die perfekte Wahl. Also, auch wenn er, ähm, oft die Arbeit erleichtert. Manchmal vergisst er eben auch, ähm, Flächen und dann muss man alles nachbearbeiten. So. Und, ja, da hinten noch. Und hier. So, dann müsste alles erwischt worden sein. So, und jetzt nehme ich auch nochmal den Verlauf. Und. So. Ja. Nicht so gut, wie ich es eigentlich hätte. Ja, man muss immer so ein bisschen raten, wie es dann aussehen wird. Äh, manchmal funktioniert es ganz gut und manchmal muss man, braucht man mehrere Anläufe. Bis es so aussieht, wie man es gerne haben will. Man sollte auch nicht zu perfektionistisch sein, aber... Ich denke mir dann immer, naja, fünf Minuten habe ich ja noch. Äh, ja, so kann es gehen. So. Und dann nehme ich noch ein bisschen Gefühlsraster mit rein. Und diese habe ich nicht in meiner schönen Liste. Also, ich habe hier ganz viele Raster, aber nicht alle von denen sind wirklich schön. Also, habe ich mir welche eingescannt. Und, äh, ich habe sie bereits vorbereitet, hier. Hier unten ist ein Fenster. Und das ist mein Raster, das ich vorher eingescannt habe. Und auch in Bitmap umgewandelt. Und, äh, dazu nehme ich, ähm, also öffne ich sie in Comicworks. Und ich markiere das, was ich gerne haben möchte als Raster. Und dann drücke ich einfach Kopieren. Und in meiner Datei Einfügen. Und der kopiert es extra auf eine extra Ebene. Das ist ziemlich praktisch. Dann kann man es auch gleich rumschieben, ohne Angst zu haben, dass irgendwelche Raster da mit drauf kommen, die da nicht reingehören. So. Und ich nehme noch ein anderes. Zum Beispiel das hier. Und kopiere es wieder und füge es ein. Und das ist auch auf einer extra Ebene. Deswegen kann ich es auch rumschieben. So. Damit ist das Bild mehr oder weniger fertig. Ähm, ich könnte da noch Stunden dran sitzen. Aber es ist ja nur zu Demonstrationszwecken. Also wie ihr seht, ist das Programm ziemlich praktisch und sehr leicht zu bedienen. Ähm, ich würde es euch empfehlen, wenn ihr es noch irgendwo auftreiben könnt. Äh, ansonsten könnt ihr euch jedes andere Programm zum Bearbeiten von Comics auch holen. Ähm, es ist schon sehr praktisch, Raster auf dem PC zu machen. Ähm, obwohl ich Raster per Hand immer noch ein bisschen bevorzuge. Ähm, ja. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt ein bisschen was gelernt. Und ja, ähm, abonniert meinen Kanal und kommentiert das Video. Ich würde mich freuen. Tschüss.